Das ist ja schwierig. Ich liebe euch doch alle. Wenn ich Terry mitnehme, ist das Kaninchen traurig. Und wenn ich das Kaninchen mitnehme, ist Terry traurig. Das sind Stofftiere, die haben keine Gefühle. Schade, dass wir die Spiele-Sangung nicht mitnehmen können. Die habe ich gerade erst zu Weihnachten bekommen. Terry habe ich auch gerade erst zu Weihnachten bekommen. Dann nimm ihn halt mit. Aber das Kaninchen habe ich doch schon so lange. Du bist schon zu alt für Stofftiere. Oder du lässt deine Malstifte da, dann passen beide in die Tasche. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist die Geschichte von Jüri Skar. Das ist die Geschichte von ihr. Das ist die Geschichte von ihr. Juden bekämpfen heißt den Juden entfernen! Und außerdem selber Juden. Was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Falls Hitler die Wahl in zehn Tagen gewinnt, wird er versuchen, den Menschen, die gegen ihn sind, zum Schweigen zu bringen. Ich will hier aber nicht weg. Jetzt fängt das alles wieder von vorne an. Wir kennen keinen. Wir verstehen nichts. In zwei Wochen gehen wir wieder alle zusammen mit uns. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kratze jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfallen. Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Und was geht bei Mama Pop Topie? Sag ich nicht. Es ist verflixt. Mir fangen zurzeit nur Katastrophen an. Es hat keinen Sinn, das zu machen, was die anderen von dir erfahren. Wenn er ein Unglück malen will, muss er ein Unglück malen. Hitler, die das bisherige Leben aufgeteilt hat. Bordenmaché. Er hat, warum alles, wenn alles verloren, kann er immer noch eine Hoffnung haben. Ich verstehe kein Wort. Aber das macht ja nichts. Weil bald, bald verstehe ich wieder alles. Hittler. 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 Hittler.